Hallo Freunde! Was geht ab? Ich bin hier gerade dropplicher. Guck mich an. Bin ich nicht süß? Guck mich an. Leute, ein cooles Game. Hier am Start mal wieder. Hier. Habe ich übrigens auch sehr lange schon mit Micha gespielt. Eine Folge kommt da auch irgendwann noch. Und jetzt aber spiele ich das erstmal hier alleine. Und guck mal hier. Ich kann hier einen Job annommen. Und ich kann ihn festhalten. Und ich kann den Mülleimer nehmen. Kann ich das? Ja. Hallo. Okay. Ich muss jetzt dahin. Leute, ich habe das Ganze schon bei Paluten gesucht. Oh, hier. Das krasse Auto will ich. Ja. Ich kann sogar Zeune kaputt fahren. Juhu. Ja. Die hört sich angerufen. Nyauuu. 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 und da drin ist jetzt noch geblieben so dass du kriegst das dagegen ja so leute wenn wir darüber ich muss darüber springen kriechen es wird kurz dauern wir in die ja leute wir uns gleich wieder wenn ich da da bin okay das gleiche punkte ruf gibt mir ein ok da kriegt jetzt halt